Ja, wir haben das Ziel, die illegale Migration zu begrenzen, dafür zu sorgen, dass die da sind, sich an die Regeln halten. Wer das nicht tut, kann nicht bleiben. Aber dafür zu sorgen gleichzeitig, dass die Menschen, die da sind, die Teil unserer Gesellschaft sind, die Möglichkeit bekommen, sich zu integrieren. Wir verlangen von denen etwas, verlangen Gegenleistungen dafür. Aber das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade diese migrationspolitische Frage ist eine dermaßen sensible, hat das Potenzial, unsere Gesellschaft so auseinanderzubringen, dass man das mit Augenmaß und mit größtem Vorsicht tun muss, auch was die Rhetorik betrifft. Und was wir bewiesen haben, ist, dass wir Probleme lösen. Wir haben uns engagiert, auch in den internationalen Zusammenhängen, was wichtig ist, weil der Umstand, dass die Migration, seit ich Bundeskanzler bin, jeden Monat geringer geworden ist, hat damit zu tun, dass wir gute internationale Vereinbarungen geschafft haben. In Libyen, jetzt Italiener mit der Küstenwache, Angela Merkel mit der Türkei, hat auch damit zu tun, dass wir ganz konsequent in meiner Zeit den Assistenzeinsatz des Bundesjahres ausgebaut haben. Wir haben die Sicherheitskräfte massiv aufgestockt. Wir haben auch deutlich die Zahl der Lehrer und Sozialarbeiter in den Schulen aufgestockt. Da müssen wir noch mehr machen, auch ganz wichtig. Und wir haben mit dem Integrationsjahr das erste Mal ein Instrument geschaffen, das helfen kann, wirklich die Probleme zu lösen. Wir haben gesagt, wir warten nicht länger, wir schauen da nicht zu. Als ich gekommen bin, gab es da noch relativ wenig an konkreten Maßnahmen. Wir haben versucht, zu einem Punkt nach dem anderen zu lösen. Mit dem Ziel, dass wir ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft organisieren und nicht unsere Gesellschaft spalten über diesem Thema. Und ich denke, das ist etwas, was uns doch deutlich unterscheidet. Wir reden nicht jeden Tag darüber, wir produzieren nicht Schlagzeilen. Wir sind wirklich an den Lösungen interessiert. Und ich glaube, dass wir da auch auf eine entsprechende Erfolgsbilanz verweisen können. Da ist noch viel zu tun, gar keine Frage. Aber ich glaube, da haben wir sehr gute Fortschritte gemacht. Der Herr Kurz hat das jetzt vortrefflich dargestellt, wie er das immer tut. Aber die Wahrheit ist natürlich eine andere. Weil wir haben in Österreich ein bisschen das Problem, dass wir weltberühmt in Österreich sind mit seinen politischen Vorschlägen. Die werden dann permanent diskutiert, in den Boulevard-Medien großartig berichtet und jeder Knochen wird dort brav abortiert. Nur die ganze Wahrheit ist, auf europäischer Ebene, ehrlich gesagt, ihr Einfluss war dort gar nicht zu spüren. Sondern im Gegenteil, und das war auch der Grund für diese Ausführung meinerseits, es hat keinen Sinn, wenn wir internationale Ergebnisse produzieren müssen. Und dann kommt einer aus Österreich daher und erklärt den italienischen Nachbarn, was sie zu tun haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sammelt es alle Leute auf Lampedusa. Weil wissen Sie, wozu das geführt hat? Diese ganzen Fantasien, die da vertreten worden sind, haben dazu geführt, dass ich dann mit dem italienischen Premierminister im Dauerkontakt bin, der mir erklärt hat, dass wenn wir so weiter tun, dann gibt es diese Kooperation. Ein Außenministerkollege von mir für viele Jahre. Ja genau, der kennt sie bestens, ich weiß, er erzählt mir das. Aber der Punkt bei der Geschichte ist, dass der dann gesagt hat, Freunde, ihr verhaltet euch entweder solidarisch, unterstützt uns jetzt, wo wir eure Hilfe brauchen, oder wir beenden die Polizeikooperation mit euch. Das war das Resultat dieser ganzen Ausführungen. Und das musste ich am diplomatischen Weg wieder regeln, weil das Ende der Polizeikooperation im Brenner hätte bedeutet, dass wir dann wirklich hunderte Flüchtlinge jeden Tag bekommen hätten. Weil die Italiener machen dort einen exzellenten Job und unsere Aufgabe ist es, die zu unterstützen und nicht mit gut gemeinten Ratschlägen da permanent aufzufallen. Und das meine ich mit Probleme lösen versus Pressekonferenzen geben. Und bei vielen anderen Punkten ist es halt auch immer ihre Haltung genau gewesen, darüber zu reden, viel rauch zu machen. Die Problemlösung, die lassen sie dann gerne anderen. Das Erschaffen von 200.000 zusätzlichen Jobs, das ist extrem wichtig, weil unser gesamtes soziales Sicherheitsnetz hängt daran. Wir geben heuer eine Milliarde Euro weniger für Pensionen aus, als wir ursprünglich gedacht haben, weil so viele Menschen wie noch nie in Beschäftigung sind. Das ist für uns ganz entscheidend. Was wir jetzt erlebt haben, was wir erreicht haben in den letzten 16 Monaten, ist, dass wir wirklich einen massiven Aufschwung in Österreich haben, der auch durch die politischen Maßnahmen dieser Bundesregierung und der Vorgänger Bundesregierung geschaffen worden ist. Und das ist das Ergebnis auch einer aktiven Wirtschaftspolitik. Wir haben ganz konsequent investiert. Wir haben zusätzliche hunderte Millionen in die öffentliche Infrastruktur gegeben. Wir haben auch das Bündnis mit den Unternehmen gesucht. Wir haben massiv die Klein- und Mittelbetriebe unterstützt, die Startups, die Industrie, die investieren. Wir haben auch gleichzeitig Jobmaßnahmen gesetzt, nämlich gesagt, wir unterstützen alle Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen. So ist der Jobbonus entstanden und die Aktion für die plus 50-Jährigen. Bei einer langen Diskussion musste die ÖVP mühsam überzeugt werden, ist dann auf unsere Linie eingeschwenkt. Ist auch richtig, weil für 50-Jährige, die aus dem System fallen, die tun sich unglaublich schwer, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Die muss man unterstützen. Und das Dritte, was wir auch getan haben, ist, dass wir ganz massiv in die Forschung investieren, indem wir die Forschungsprämie erhöhen. Und das ist das Ergebnis aktiver Wirtschaftspolitik. Wer für Jobs sorgt, wer in Österreich forscht und entwickelt, wer in Österreich investiert, der wird von uns unterstützt. Aber nicht, dass wir die Steuern, so wie das die ÖVP vorsitzt, de facto auf Null reduzieren und hoffen, dass der Markt das schon regelt. Wir wollen nicht billiger werden, wir wollen besser werden und da brauchen wir die richtige Wirtschaftsstruktur im Land. Und auf der anderen Seite machen sie einen Familienbonus, von dem Alleinerzieherinnen, die Teilzeit arbeiten, Null und Nüsse profitieren. Und denen sagen sie dann, holt euch doch das Geld, den Steuerbonus bei euren Ex-Männern. Wissen sie, was die Realität in Österreich ist? 40.000 Frauen rennen ihren Alimenten nach und kriegen von den Männern kein Geld. Die müssen demütigenderweise auf den Knien rutschen, damit sie für ihre Kinder das Nötigste bekommen. Und diese Menschen bekommen in einem Steuerkonzept nichts. Und deshalb sind wir auch in diesem Studio gestanden, haben alle die Tafeln hochgehalten, so wie Sie. Und haben gesagt, ja, wir wollen, dass für diese 40.000 Frauen und ihre Kinder der Staat den Unterhalt garantiert. Das wollten wir jetzt im Parlament beschließen lassen. Und wer war wieder mal nicht dabei? Die ÖVP. Und Sie sagen Meinungsänderungen. Sie ändern Ihre Meinung innerhalb von zehn Tagen, wenn es Ihnen nicht passt. Wenn dann der Wirtschaftsbund kommt und sagt, naja, lieber Freund, so geht es ja nicht. Du hast zwar ja den Tafel in die Höhe gehalten, aber hättest uns bitte vorher gefragt. So, niente. Aus mit der Maßnahme. Und das ist die Steuerpolitik, die ich nicht möchte. Weil das ist genauso wie bei Schwarz-Blau 1. Milch und Honig wird da versprochen. Das Blaue vom Himmel. Und am Ende des Tages kriegen die Menschen die Rechnung dafür präsentiert. Und die Bierers und Großspender dieser Welt gehen mit einem dicken Scheck nach Hause. Und am Ende des Tages geht's. Vielen Dank.